Hallo und herzlich willkommen zum Studio Blau-Gelb. Es ist die Folge nach dem Derby. Eintracht Braunschweig hat 0 zu 0 gegen den großen Rivalen, den wir jetzt hier nicht namentlich nennen, gespielt. Und bei mir ist ein ganz besonderer Gast, Jussi Pekarode, extra für das Derby aus Finnland angereist. Jussi, wie fandst du es denn gestern? Ja, hallo Lars erstmal. Ja, es war gestern, ja muss schon sagen, also eine kleine Enttäuschung war das schon gestern. Also ich hatte eigentlich eine relativ große Vorfreude auch. Das war mein erstes Derby jetzt, was ich live erleben konnte. Und ja, da hatte ich auch noch Stehplatz in der Südkurve und habe mich eigentlich sehr gefreut. Aber ja, Anfang des Spiels konnte ich erstmal nichts sehen, weil ich ganz unten war. Und natürlich das ganze, ja, Tifo hat mich dann irgendwie verhindert, was zu sehen. Und wenn ich dann eigentlich was gesehen habe, dann war es fünf Minuten, dann hat es mit dem Böllern angefangen. Und ja, seitdem war es dann ein bisschen schon, ja, ein bisschen, ein bisschen, eine Stimmung war okay, aber nicht so besonders, was ich mir eigentlich erhofft habe. Ich glaube, in der Südkurve hat man sogar irgendwie noch mehr davon wahrgenommen. Wir saßen ja auf unseren Plätzen auf der Haupttribüne und ich fand das irgendwie schade, dass es in so einem besonderen Spiel nicht so war, wie es vielleicht schon mal in anderen Spielen war, dass einfach alle Tribünen gemeinsam diese Mannschaft unterstützen, sondern es war viel so klein klein und so spätestens nach diesen emotionalen Aktionen als Rittmüller den Hannoveraner da einfach mal wegtackelt oder Hassan Kurucai diese Monstergrätsche auspackt und sich dafür feiert. Da hätte ich mir einfach erwartet, dass dieses ganze Stadion steht und auch dauerhaft unterstützt. Und ich fand auch gerade in der Phase nach der Pause, als die Eintracht am Drücker war, da hätte so gemeinschaftlich vielleicht sogar mehr kommen können und dann wäre vielleicht auch mehr möglich gewesen. So war es dann doch, ja, ein okayes Unentschieden, zu wenig Durchschlagskraft und ein sehr starker Ron Torben Hoffmann, der dann am Ende diesen Punkt auch festgehalten hat. Ja, absolut. Also, ja, man muss ja leider sagen, das ist ja fast, war ja Fußball gestern Nebensache. Also, einige der Szenen dann halt in der Südkurve besonders halt waren halt sehr unschön und ja, das hat schon ein bisschen die Stimmung dann auch beeinflusst. Und es gab dann auch diese, ja, wenig, wenig dieses Gemeinschaft, wie du schon sagst, das Stadion halt, da hat nicht Gemeinschaft die Mannschaft gepusht, sondern jeder hat dann so ein bisschen darauf geachtet, okay, wann kommen die nächsten Böller an und so. Und also, irgendwas in meinem Umfeld hat das sehr das Fußballgucken beeinflusst. Und ja, das, was zum Spiel dann kommt, natürlich war es sehr kämpferisch, war auch zu warten. Ich denke mal, Eindracht hat da ziemlich kämpferisch das Maximum irgendwie rausgeholt. Aber und natürlich auch super Rettungstaten, das muss man einzeln Rettungstaten, das muss man auch sagen. Aber ja, ein bisschen so, ich denke mal, Eindracht hatte gute Chancen auch dabei, aber die sie dann nicht konsequent dann, ja, zum Torschuss dann auch genutzt haben. Dann gab es noch diese, ja, sehr unschöne Szene mit Robert Ivanov und Hasan Kurucai, die mit den Köpfen zusammengerasselt sind. Erstaunlicherweise spielt Ivanov noch ungefähr eine Viertelstunde weiter, aber ich fand, man hat ihm dann irgendwann angemerkt, dass da was nicht stimmt und dass er auf jeden Fall raus muss. Hast du die Szene aus der Südkurve so wahrgenommen? Ja, also ich kann es eigentlich ganz gut sehen. Ich hätte zu diesem Zeitpunkt einen ganz guten Blickfeld zu dieser Szene und ja, man hat sofort gemerkt, man merkt ja, erst mal kommen die Betreuer und dann das ärztliche Personal, da wird nochmal herangewunken. Dann denkt man, okay, das ist was Schlimmeres jetzt diesmal. Und Kopfverletzungen sind sowieso eigentlich immer, immer schlimm. Und ja, also meine persönliche Ansicht ist einfach, dass man sollte da konsequent auch handeln. Und ein Spieler, wo man merkt, dass er lange betreut werden muss, müsste man eigentlich schon auswechseln, sofort. Und ich bin da überhaupt kein Fan davon, dass man ihn noch weiterspielen lässt. Und das hat man auch dann leider diesmal auch, hat sich auch dann bewahrheitet, dass man da einfach gemerkt hat, er ist nicht richtig auf dem Platz. Und ja, da hat er sogar, also jedenfalls meine Wahrnehmung war, dass er fast sogar dann das Gegentor gekostet hat. Also manchmal war es besser, einfach den Spieler rauszunehmen und dann einfach einen frischen Spieler einzunehmen. Und dann hat man halt die Sicherheit, die man auch dann in so einem Spiel braucht. Das hat ja mit der Hereinnahme von Yannis Nikolaou auch geklappt. Der hat eine ganz schwierige Saison gegangen und kommt jetzt aber rein, hat gegen Elversberg schon gut gespielt und jetzt auch im Derby, finde ich, ein sehr solides Spiel gemacht. Die meisten Zweikämpfe gewonnen. Du hattest ihn, glaube ich, eh immer auf der Rechnung, was die Daten angeht. Ja, also gut, ich sehe ihn, er ist Sechser, aber er hat, muss man sagen, jetzt in der Dreikette hinten seine Arbeit ganz gut gemacht. Kurucay hat ja dann eher links gespielt und dann nach der Verletzung von Ivanov ist er da auf die rechte Innenverteidigung-Position ausgewichen und Nikolaou hat dann links gespielt. Und ich fand, er hat das gut gemacht. Und ja, also ich bin immer ein bisschen verwundert darüber, dass vielleicht Scherning ja nicht die nominellen Innenverteidiger einsetzt, aber solange es halt gut machen, jetzt in dem Fall Nikolaou, ja, tut es der Mannschaft gut und ich hoffe, es tut ihm auch gut. Er hat ja jetzt eine schwierige Phase und ja, also ich freue mich eigentlich jetzt auch für ihn, dass er da langsam reinfindet wieder. Schwenken wir nochmal kurz zurück zum Thema Robert Ivanov. Du hast schon im Vorgespräch so ein bisschen angedeutet, dass du schon am Abend ein paar exklusive Infos hattest, dass es Robert wieder ganz gut geht. Ja, genau. Also ich hatte tatsächlich die Info auch, dass jetzt 20 Freunde von Robert hier waren, also Ex-Mannschaft Kameraden zum Beispiel aus der Unterliegen in Finnland. Und ja, zufällig habe ich die gestern auch Montell dann nochmal getroffen. Also wer es noch nicht weiß, Leverkusen ist gestern Meister geworden und da spielt ein gewisser finnischer Nationaltorhüter als Kapitän. Und ja, und dann zufällig war natürlich auch dann Finn in der Lobbybar und haben sich das Spiel angeguckt. Und das waren tatsächlich dann auch die Freunde von Robert und die dann gestern auch noch zu ihm abends. Und ich habe dann gefragt, wie geht es ihm? Und ihm soll es schon besser gehen. Also auf dem Fall auch nochmal gute Besserung. Und du hast dich ja zuletzt ganz intensiv mit ihm beschäftigt, hast für euren Blog 210 ein großes Portrait, Schrägstrich eine Datenanalyse über ihn geschrieben. Magst du darüber nochmal erzählen, über die Arbeit, wie das entstanden ist? Ja, klar. Also tatsächlich, ich arbeite oder Blogger für 210 Blau-Gelb-Datenwelt und ja, natürlich dadurch, dass ich in Finnland wohne und ja, Ivanov quasi aus meiner Gegend kommt, da auch gespielt hat, lange ganz von, also paar Kilometer von mir weit weg. Einfach nur die Orte kennt man halt. Und dadurch, dass er natürlich der erste finnische Spieler auch bei Braunschweig ist, mein Herz des Vereins sozusagen ist es natürlich, ich hatte immer schon vor, mal das Thema mal ein bisschen tiefer zu durchleuchten. Und ja, bin dann durch meine er natürlich, dass ich finischen kann, konnte ich natürlich auch Artikel finden, die man dann vielleicht im deutschen Medium da halt nicht so zugänglich sind oder nicht so leicht verständlich sind. Und es gab überraschend viele auch Infos über Ivanov. Also er ist sehr, sag mal sehr, also kommt mir jetzt vor, jemand ist ein offener Typ, der auch dann von sich selber viel erzählt. Und dadurch, dass er halt auch eine besondere Geschichte hat, wegen seiner schwieriger Kindheit und Krankheiten und so, war es halt was ganz Besonderes, dann nochmal rein zu buddeln. Ja, du hast auf jeden Fall richtig gebuddelt und da stelle ich mal eine klare Leseempfehlung auch für unsere Hörer raus. Klickt da gerne mal rein, vielleicht können wir es sogar in den Shownotes hier oder in der Beschreibung unten verlinken. Ja, vielleicht schwenken wir nochmal den Blick zurück zur Eintracht, zu einem generelleren Thema. Was sagst du denn zur laufenden Saison und vielleicht auch zum Saisonendspurt, der jetzt folgt? Ja, also jetzt ist natürlich Punkten angesagt, das ist ganz klar. Also wir haben gestern damit angefangen. Natürlich hat jeder sich drei Punkte erhofft, nicht nur wegen dem Derbysieg, sondern auch allein in der tabellarischen Situation. Die Konkurrenz hat ja zum Glück meistens verloren jetzt am Wochenende und ja, es ist ganz schwierig. Also einfach muss ich erst mal jetzt auf sich selbst konzentrieren, genug Punkte sammeln, so viel wie möglich und ja, dann sehen wir, was die Konkurrenz macht. Natürlich gibt es auch Partien noch, wo wir gegen direkten Konkurrenten auch noch spielen. Und das sind natürlich auch noch besondere wichtig oder besondere Partien dann auch noch. Jetzt warst du im Stadion, aber den Großteil der Saison hast du ja aus Finnland vor dem Livestream, vor dem Fernseher verfolgt. Wie war es denn für dich als Fan, diese Anfangsphase der Saison wahrzunehmen bis zur Amtsübernahme von Daniel Scherling? Ja, also es war natürlich schon, also ich habe die Mannschaft schon fast abgeschrieben, muss ich sagen. Ich bin vielleicht jetzt nicht alleine damit, aber natürlich hat man immer eine Resthoffnung, hat man immer. Und gerade beim Trainerwechsel hat man das besonders dann. Aber dass es dann so auch gut funktioniert, hätte ich das nicht gedacht. Und jetzt bin ich natürlich gespannt, wie es weitergeht. Also ich bin der Meinung, dass es nicht so mehr direkt so weitergehen wird. Die Konkurrenz wird sich auch einstellen, immer mehr. Und jetzt Ende der Saison geht es natürlich erst mal darum, die Mannschaft richtig einzustellen. Defensiv stabil, das sowieso. Aber auch dann zum späteren Zeitpunkt hoffentlich, wenn wir einen Klassenerhalt geschaffen haben, dann auch die Mannschaft dann auch weiterzubilden quasi, weiterzuentwickeln. Und da bin ich mal gespannt, was Daniel dann auch aus dem Hut zaubern kann. Du warst in den sozialen Medien auch immer sehr kritisch unterwegs, was die Eintracht angeht. Das hat sich so ein bisschen gelegt. Siehst du das auch so oder ist das jetzt mein Eindruck? Ja, also natürlich, also kritisch bin ich immer noch. Aber denke mal, es gibt bestimmte Themen, die man ja schon auch kritisieren könnte. Aber allerdings muss man auch sagen, dass, also jetzt war auch so mein Eindruck oder mein persönliches Empfinden in den letzten Wochen, dass man schon jetzt auch der Mannschaft und die sportliche Führung auch Arbeitsruhe geben sollte. Und solange sozusagen die Ergebnisse stimmen und ja, man sozusagen sich stabilisiert hat jetzt erst mal und vielleicht noch den Klassenerhalt hoffentlich schafft, dann sollte man der sportliche Führung auch Arbeitsruhe geben. Und das mache ich auch aktuell. Also man sollte auch da sozusagen es kritisch betrachten, aber andererseits dann auch wirklich Arbeitsruhe geben und mal sehen, ja mal sehen, wie es dann weitergeht. Also natürlich die nächsten Transfers und so, Liga unabhängig auch dann, da wird die sportliche Führung natürlich zum ersten Mal richtig getestet. Also letzten Winter war es schon ein bisschen, aber wenn man erst mal dann neue Verträge haben muss und so, die Spieler vielleicht gehen, jetzt zum Beispiel Fall Dongo, ist ja schon, wird ja schon gemunkelt, dann ist natürlich die Frage, ja wie baut man so eine Mannschaft dann halt auf? Und da, das ist die richtige Prüfung dann. Du galtest nie als der riesen Peter-Vollmann-Fan. Jetzt stehen aber doch viele Spieler, die er noch zumindest federführend als Geschäftsführer Sport geholt hat in dieser Startelf und helfen dabei, Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln. Welcher Spieler in dieser Transferperiode oder in dieser Saison beeindruckt dich denn am meisten oder an welchem Neuzugang hast du die meiste Freude? Also ganz ehrlich, am meisten hat mich überrascht Ermin. Also das muss ich so thematisieren. Also ich war da sehr kritisch. Ich fand das so eher als so eine Rückholaktion, obwohl es ja nicht, weiß nicht, ob das Peter-Vollmann-Transfer ist. Das war dann eher ein Benni-Kessel-Transfer. Genau, genau. Aber das ist vielleicht so ein Spieler, wo ich sagen würde, okay, er, also ich habe ja gestern auch beobachtet nochmal, wie er so die Abwehrkette leitet. Das ist phänomenal. Und ich finde dadurch, dass das, also besonders Kurucay und Ivanov, vielleicht auch Jannis Nikolaou jetzt profitieren davon. Und auch Rondorp und Hoffmann, glaube ich, davon profitiert, dass wir so ein Leader da haben. Und ich glaube, am meisten hat er mich so überrascht. Vielleicht dann noch von dem Vollmann-Transfer, wenn wir davon reden. Ich denke mal, natürlich Ryan Philipp hat da schon einen sehr, sehr guten Touch aktuell. Und er ist auch seit langer Zeit auch mal ein Stürmer, ein anderer Stürmertyp, den wir brauchen. Wir hatten ja lange Spieler, die Krüger oder Utscher oder so, die dann eher so Zielspieler-Typen waren. Und ja, er ist dann eher so ein Strafraum- oder ein Klipser. Und ja, das tut ihm einfach wirklich gut. Ich fand, um nochmal zu Ermin zu kommen, das wirkte gestern so in den ersten Minuten, als gefühlt die ganze Mannschaft so total nervös war, dass er da gerade ein Testspiel gegen einen Oberligisten bestreitet, so abgeklärt wirkte. Es war von der Tribüne schon sehr beeindruckend. Und ich finde auch, guter Transfer, guter Typ. Wenn er das ins nächste Jahr transportieren kann und weitermacht bei der Eintracht, dann hätte ich da auf jeden Fall nichts gegen. Ja, natürlich. Ich auch nicht. Aber andererseits muss man auch anmerken, die Spieler werden auch nicht jünger. Und wie lange man dann so professionell noch mithalten kann, das ist auch schwierig einzuschätzen. Das kann noch ein, zwei Jahre sein, kann auch mehrere Jahre noch sein, kann aber auch weniger sein. Und das ist halt schwierig einzuschätzen. Und man sollte auch nie dann sozusagen die, ja, Performance mit Eigenschaften verwechseln. Und ich denke mal schon, Ermin hat die richtigen Eigenschaften als Leader. Aber wenn er seine Performance irgendwann nachlässt, dann wird es auch schwierig. Und ja, ich hoffe natürlich für uns, dass es ja erstmal so weitergeht. Es ist zwar noch ein langer Weg, aber gehen wir einfach mal von einem Klassenerhalt und einer weiteren Saison in der zweiten Bundesliga aus. Was glaubst du, braucht die Eintracht im Sommer? Was muss am Kader getan werden, um vielleicht dann doch mal vom Start weg eine ruhigere Saison zu erleben? Ja, das ist tatsächlich eine gute Million-Dollar-Frage sozusagen. Ich denke mal, hängt natürlich auch jetzt ein bisschen davon ab, wer geht jetzt zum Abschluss der Saison. Ich hoffe erstmal, dass das da hinten halbwegs die Abwehr dann auch steht nächste Saison. Also, dass dann halt auch Kurucay, Ivanov, Ermin zum Beispiel die Achse dann auch bilden. Ronto Hoffmann ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor da hinten. Ihn dann zu behalten, wäre super. Ja, natürlich dann, wenn Dongo geht, dann die linke Seite ist natürlich auch so eine Frage. Ich halte jetzt Dongo persönlich jetzt für nicht so einen großen Verlust im Falle, dass wir auch Ersatz finden. Also, das ist schon eine Kernposition, die man dann gut besetzen sollte. Ja, und dann denke ich mal, ist die große Frage, wie spielen wir nächste Saison? Weil es wird ja immer geredet, dass die Favoriten-Formation von Scherning halt 4-3-3 ist. Und zum Beispiel denke ich jetzt nicht, dass gewisse Spielertypen hinten, wie zum Beispiel Ivanov oder so, da gut reinpassen. Also, ich halte die jetzt nicht für einen 4er-Kettenspieler. Ja, also ich halte eher so einen 3er-Kettenspieler. Und das wird sich dann so ein bisschen rauszeigen, wer dann so die 4er-Kette eventuell spielen könnte, wenn wir 4er-Kette spielen. Und vorne natürlich auch ganz wichtig, dann ja auch einen Stürmer zu finden, der vielleicht daneben sollte Philipp bleiben, dann auch neben ihn dann auch noch spielen kann. Weil Gomez ist aktuell, finde ich, macht seinen Job als Anläufer ganz ordentlich, aber halt offensiv dann doch wenig. Und da sollte man vielleicht dann nochmal aktiv werden. Hatte im Derby zwei Chancen, die dann aber auch gar nicht so richtig zu konkreten Torabschlüssen wurden. Leider, leider. Also gerade der zweite, wo er dann im Strafraum an den Ball kommt und irgendwie der Schuss wird, glaube ich, sogar im Ansatz geblockt. Das hätte ein dickes Ding werden können. Ja, klar. Absolut. Und ich denke mal auch, also ich denke schon, dass er auch die Saison noch seine Chancen bekommen wird und die hoffentlich dann auch macht. Das 4-3-3 unterscheidet sich ja doch ein bisschen von dem aktuellen Spielsystem. Glaubst du, ist es auch irgendwie ein Hybrid möglich? Wahrscheinlich ist dann ja eine der Kernpositionen, die man anders besetzen müsste, die 6er-Position. Ja, also ich denke schon, dass natürlich jetzt in dem Fall wir jetzt auch sehr viel auch mit der Doppel-6 zur letzten Zeit gespielt haben. Einfach, weil es ein bisschen stabiler ist. Und ich denke mal, so ein alleine 6er hat dann schon andere Aufgaben dann, wenn man alleine dann in der Kette sozusagen hinten ist und dann zwei Achter vor sich hat. Und die Achter müssen dann auch sozusagen, ja, auch defensiv ganz gut mitarbeiten können. Ich denke mal, eins, ein Problem ist, dass wir aktuell nicht so richtig wissen. Wir haben eigentlich einen Spieler, der auch progressiv ganz gut spielen könnte, also Hampus Findel. Aber aktuell bevorzugt halt Scherning eher diese defensive Arbeit dann auch. als auf der 6er-Position. Und ob man das dann vielleicht noch als Mischung oder so gut hinbekommt, das muss man mal sehen. Ja, noch ist Findel irgendwie ein großes Rätsel bei der Eintracht. Genau. Ja, er spielt halt sehr wenig. Man erhofft sehr viel von ihm. Aber aktuell denke ich mal, die Marschrichtung vom Trainer ist klar. Sie wollen halt defensiv erstmal sozusagen stabil stehen und umschalten. Und das kann sein, dass halt in der Hinsicht halt Hampus dann halt nicht die vielleicht die beste Lösung ist auf dem 6er-Position. Gibt's denn im Kader noch andere Spieler, die du gerne häufiger auf dem Feld sehen würdest? Ja, also tatsächlich vielleicht keine Überraschung jetzt für die, für die mich kennen. Also ich würde schon gerne Yusuf Amin mehr sehen. Leider Gottes passt er nicht wirklich ins System aktuell. Also er ist auch anscheinend nicht, also wenn wir 4-3-3 spielen würden, da würde er vielleicht auf der rechten oder linken Außenbahn gut gesetzt sein. Also offensiven Außenbahn. Aber ich weiß nicht, ob er auch so ein Spieler ist, was der Trainer aktuell bevorzugt. Und ich würde aber wirklich mich freuen, wenn er häufiger spielen würde und dass man ihn noch besser, ja vielleicht auch irgendwie Weg findet, ihn besser zu integrieren. Dass er jedenfalls als so, also ich sehe ihn vielleicht aktuell nicht als Stammspieler oder in der Startelf, aber halt so die letzten 20 Minuten dann ihn mal einzusetzen oder so, hätte ich mir gestern zum Beispiel auch mal schon so ein bisschen mehr Mut auch gewünscht, dann mal was anderes zu probieren. Dann sind wir ja schon eigentlich wieder im Hier und Jetzt angekommen. Die Eintracht spielt am kommenden Wochenende beim VfL Osnabrück. Für die geht's, naja, also rechnerisch ist es noch möglich, aber umso ganz viel scheint es für die nicht mehr zu gehen nach diesem 0-4 bei Holstein Kiel. Tückisches Auswärtsspiel, oder? Absolut, also ich würde sie auf jeden Fall nicht abschreiben. Sie haben zwar Punkte Rückstand, aber es ist halt, wie du schon sagst, rechnerisch nicht möglich. Und natürlich, wenn man sich jetzt in ihren Positionen setzt, dann natürlich kommt da ein direkter Konkurrent. Und man hat bestimmt auch, das war das erste Spiel damals von Scherning, damals das 3-2, glaube ich, ne? Ja, Hermin. Genau, genau. Und ja, das ist natürlich, ich glaube, die haben noch eine Rechnung offen und es wird bestimmt ein schweres Spiel, denke ich mal. Warst du schon mal an der Bremer Brücke? Nein, leider nicht. Ja, wirklich schade. Ich finde immer, es sind schöne Auswärtsspiele da. Ich finde, obwohl es so ein kleiner Niedersachsen-Rival ist, ist es ein cooles Stadion auch für Auswärtsfans. Da geht immer dann auf beiden Seiten die Post ab und hoffentlich dann auch auf dem Feld am kommenden Samstag. Darf ich dir denn noch einen Tipp entlocken für das Spiel? Ja, also, ich tippe, ich bin ein bisschen pessimistischer, ich sag mal 1-1. Okay. Ich sag einfach, es gibt wieder ein 3-2, aber diesmal müssen wir keine sieben Minuten auf den VAR-Check warten. Alles klar. Okay. Jussi, dann vielen, vielen Dank, dass du bei uns hier im Studio Blau-Gelb warst. Wir werden natürlich weiter verfolgen, was du so machst auf 210 auf X mit deinem Kanal Blau-Gelbe-Datenwelt. Guckt da auch gerne mal rein, gebt uns Feedback zu dieser Folge, schaut auch unsere Eintracht-Doku, die hier hinter mir, wie jede Woche läuft. Und alle weiteren Infos gibt es natürlich in der Beschreibung. Bis nächste Woche. Wir freuen uns auf euch und dann gucken wir mal, wie die Eintracht in Osnabrück abgeliefert hat. Wir freuen uns auf euch und dann gucken wir mal, wie die Eintracht in Osnabrück abgeliefert hat. Wir freuen uns auf euch und dann gucken wir mal, wie die Eintracht in Osnabrück.